Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade 0.47 Uhr. Seht ihr das? 0.48 Uhr sogar. Und? Ich kann nicht schlafen, weil ich so schlau war und mir vorhin einfach das Verfahren vor drei Stunden einen Kaffee gemacht hat. Wer hat davor noch nie im Leben so richtig Kaffee getrunken? Ich. Deswegen glaube ich, dass ich die ganze Nacht wach bleiben werde. Und? First things first. Ich war gerade baden, weil ich wollte morgen schon duschen, aber ich war jetzt eigentlich noch mal baden, weil ich heute Rasen gemäht habe. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich übelst dreckig bin. Und jetzt ist time to... Das sitzt, das... Das... Das ist zu weh. Aua. Aua. Leute, ich glaube, ähm... Ich mache mir jetzt einen Snuck. Now it's time for Maggi Hot. Aua. 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 Leute, ich will doch nur schlafen, aber ich kann nicht. Ich bin doch viel zu aktiv. Oh, what should I do now? Ich muss auch die ganze Zeit rülpsen. Ist das normal, dass ich die ganze Zeit rülpsen muss? Das ist ja irgendwie... Also, mal ohne Witz, warum rülpsen Menschen? Also, checkt das einer von euch. Wenn ja, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Was bringt ein Rülpser? Ist ein Rülpser dafür da, dass die Luft im Magen verschwindet? Und warum ist es dann allen peinlich, dass man rülpsen oder dass man furzt? Ja klar, beim Furzen stinkt es ja. Stinken ist ja was Unangenehmes. Aber rülpsen? Hä? Entweder, ich komme da jetzt nicht drauf, weil es jetzt einfach absolut gerade schon halb vier ist. Und... Ich habe einfach nichts mehr. Aber ich wünschte, ich könnte, ich könnte euch irgendwas hier beibringen. Aber... Nein. Und dann fange ich auch noch an zu niesen. Ich will doch eigentlich nur einschlafen. Ich will doch nur einschlafen. Aber ich kann nicht einschlafen. Aber ich will doch so gerne einschlafen. So Leute, ich habe jetzt eine Challenge. Und ähm... Vier Uhr nachts habe ich mir gerade wieder eine erneute Cola-Dose aufgemacht. Und ich habe überlegt, in wie viel Sekunden kann ich die wohl auf Ex trinken. Und das mache ich jetzt mit euch. Wir haben doch vorhin noch über Rülpsen gesprochen. Rülpsen ist nicht peinlich. Ich auch schon wieder so dumm trinke Koffein, obwohl ich schlafen will. So Leute, ich habe jetzt mal ganz kurz gegoogelt, ähm, was beim Einschlafen wirklich hilft. So Leute, ich liege jetzt im Bett und zähle jetzt die besagten Schäfchen. Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schaf, vier Schaf, fünf Schaf, sechs Schaf, sieben Schaf, acht Schaf, neun Schaf, zehn Schaf, zwölf. Ich habe mich verzählt. Muss ich dann von neu anfangen? Ja Leute, ich schlafe immer mit einem Licht ein, weil ich Angst habe, dass nachts Mörder, Geister oder sonstige Wesen auf einmal beim Zimmer auftauchen. Deswegen, ich schlafe schon seit Kind auf mit einer Lampe. Judge nicht, ja? Don't judge me. Ich bin 20, aber immer noch nicht ganz erwachsen. Okay, Leute? Ich bin so sauer auf mich selbst. Ich schwöre, ich liebe Schlafen einfach. Eigentlich habe ich so einen durchgetakteten Schlaf, ja? Und dieser verdammte Kaffee hat mir den ganzen Schlafwhythmus in den Arsch gebrannt. Ich bin so sauer heute. Ich bin so sauer. Sandy, ich bin so sauer. So sauer. So sauer auf alles, auf diesen verdammten Kaffee, den ich auf TikTok gesehen habe. Wieso? Meine Kamera ist einfach rausgegangen. Ich habe keinen Akku mehr. Deswegen ist es auch ein guter Grund, jetzt dieses Video zu beenden. Und ich kann euch heute, wie gesagt, eh nichts beibringen. Deswegen, tschüss, geh, geh und trinkt niemals abends einen Kaffee. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich liebe euch alle. Tschüss.